Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist wieder eure Goldie Irn. Ja, Goldie Irn hat mal wieder zugeschlagen. Ich habe wieder was gewonnen. Und zwar habe ich wieder auf der Seite gewinnspiele.com mitgemacht. Dort habe ich mich eben registriert, bin dort schon lange Mitglied und habe über diese Seite auch schon einige Gewinne erzielt. Unter anderem gibt es dort diese Kreuzwort-Gewinnspiel-Rätsel und dort habe ich auch bei der Glücks-Revue gewonnen. Wie ihr seht, steht da ein Scheck über 20 Euro. Ja, das war das Schreiben. Kurze Zeit danach folgte dann dieser Scheck. Den habe ich dann eingelöst und nun habe ich die 20 Euro in meinen Händen. 15, 15, 15, 20. So einfach. Das war wieder eure Goldie Irn. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.